hallo und willkommen zurück zu far cry 6 ja wir machen ja weiter wo wir letzte folge aufgehört haben wir wollten ja wo wollten wir hin immer noch mal hoch zu dem onkel oder gehen wir zu der andere was machen wir gehen wir zu dem onkel noch mal rosé soll mächtig sauer sein wegen dem gift du hast einen kurzen prozess mit seinem laden gemacht vielleicht habe ich mich in dir geirrt vielleicht also bitte ich dich jetzt um einen gefallen unsere leute vergammeln noch aus gefängnissen einer von ihnen ist wie ein sohn für mich wir brauchen einen gefängnistransporter um sie rauszuholen klauen dann treffen wir uns an der tankstelle beim gefängnis wir fahren ein laden unsere leute auf und verschwinden bevor irgendjemand was mitkriegt ich vertraue der turi also verkack es nicht ok meister dass wir nicht so viel zeit mit dem gefängnistransporter sollt ihr das riechen das ist der geruch der aufregendsten scheiße die ihr je gesehen habt ach ok und da soll es jetzt sein ach ne ich wollte schon sagen oh nein nicht erhörens dieses scheiß visier haben wir jetzt ach komm schon oh ne oder oh das ist doch der größte bullshit okay irgendetwas gutes also so einen haben wir glaube ich schon mal gesehen oh ne das ist jetzt wirklich kompletter bullshit ich mag ne ne das ist wirklich das ist das beschissenste klub 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 macht's und der hier lief liegt der immer noch rum ja ja elvis carballo lässt mich nicht in ruhe er sagt die ganze zeit dass er hilfe bei ein paar besorgungen bräuchte kannst du ihn mir vom hals schaffen sehr nett von dir sehr nett von dir da hinten sind sie so so sie ît Also ich finde das ja mal kompletter Bullshit, muss ich wirklich sagen, also Ne, das gefällt mir überhaupt nicht, dieses Ich weiß nicht, was die sich dabei gedacht haben Mein Driftkorn ist richtig mit dem Pfeil, gell? Was dauert das so lange, Turi? Überprüft das Baseballfeld bei Verdera Da packen Sie immer Ihre Fahrzeuge Verstehe, gracias Dios! Ich habe wirklich so halb und halb das Gefühl Dass wir mit dem Ding sogar noch fast weniger Schaden machen Ja! 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 Freutrepper! Du entkommst, du hängst! Ja! Truck missed! Gut! Verlässt! Geh "... entdecken!" jetzt haben wir es sehr schön hat ja lang genug gedauert ich finde wirklich mit dem teil mache ich viel weniger schaden ist das nicht zu erinnern ist das nicht zu einer sind ich muss ja wirklich sagen das ist kompletter bullshit okay ich muss die so lassen ich finde ich komme wirklich mit dem teil komme ich wirklich viel schlechter klar ich komme wirklich mit dem fadenkreuz viel viel schlechter klar als mit diesen mit den normalen kleinen weieck ich habe den truck gut hol mich an der tankstelle ab also das fadenkreuz das ist ja wirklich obwohl ich eigentlich mehr schaden machen müsste gelle oder was heißt mehr schaden sage mal alter wo habt ihr denn erst fahren gelernt sage mal so 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 oh wow okay ich bin es aber nicht gewesen so 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 okay 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 jetzt haben wir hier noch gleich was so 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 okay so 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 Bumm. 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 Wow, ein echter Verkleidungskünstler. Klappe zu und setz dich nach hinten. Okay. Das ist das erste Mal seit dem Ausbruch, dass ich hierher zurückkomme. Meine Kinder sind hier früher zur Schule gegangen. Wie lange hast du gesessen? Acht Monate. Vielleicht länger. Ich habe 18 Stunden am Tag auf den Feldern geschuftet und das Gift geatmet, das einem den Verstand vernebelt. Klingt grauenvoll. Ja, aber ich hatte Miguel. Wir haben uns gegenseitig Kraft gegeben. Stimmt. Du meintest, er wäre wie ein Sohn für dich. Er ist der härteste Kerl, den ich kenne. Ich habe ihn wie mein eigenes Kind aufgezogen. Habe ihm Boxen beigebracht. Er wäre Senor Yada geworden, hätte man uns nicht geschnappt. Wie habt ihr es rausgeschafft? Camila hat sich eines Nachts eingeschlichen und drei Wachen aufgeschlitzt. Sie hat zwei Kugeln eingesteckt, eine Geisel genommen und Fili und mich rausgeholt. Oh ja, klingt nach ersparbar. Ganz mein Mädchen. Aber sie konnte Miguel nicht finden und der Aufruhr wurde immer größer. Also haben wir ihn mit vier anderen zurückgelassen. Ich hoffe, er hat es irgendwie geschafft. Wir kommen näher. Klappe halten. Carlos Montero, was machst du hier? Wo ist Miguel? Keine Ahnung. Die Wachen haben ihn hier weggesperrt. Yada, das war's. Wir gehen. Geh. Ich finde Miguel. Wirst du erwischt, stehst du gegen die scheiß Armee. Ist schon okay, Papa. Ich bin doch schon groß. Du hast sie nicht mehr alle. Wir treffen uns an der Tankstelle, wenn du ihn hast. Sweat it. Okay, na wir sind doch schon groß. Bebinga. Ich weiß gar nicht, wie dieser Typ aussieht. Was war los? Es war Flucht mit Ding. Die Viro ist das Lebensblut in den Nadern von Yada. Und Madrugada ist das Herz. Leder Tatt will den Kreislauf unterbrechen. Wir müssen unsere Tabakfelder verteidigen. Wir müssen unsere wertvollen Vorräte des pflanzlichen Krieges 240. Ich sehe dich, Ingenieur. Die Autoterroristen sind nicht besser als in der Tatt. Wenn sie Erfolg haben, wird der Rest von Yara melden und sterben. Seid Wasser. Unsere Zukunft wächst auf diesen Feldern. Wir haben einen Johnny. Jetzt komm schon mal los. Dieses verfluchte Ding. Okay, wir müssen hinten vielleicht irgendwie an die Alarmalage erstmal rankommen. Wie kommen wir denn aber jetzt dann da hoch? Alle haben es gesehen. Jetzt machen sie dich aus. Aber der Kerl benimmt sich allen gegenüber wie ein Karsch. Sie werden als Wahnsinn. Aber die anderen stürzen ihn zurecht. Sie halten das beste Essen und die beste Seine färfliche Stärkung. Nein, nein. Sie erteilen ihm die Lektion. Sie tatschen ihn aus. Und diejenigen, die dieses gerechte System nicht drauf haben, werden voller stolz auf ihr Arbeit zu bringen. Sie schulden uns ihre Arbeitskraft. Und wir schulden ihnen Dankbarkeit. Ihr seid auf so viele Arten zurückgeblieben. Das hab ich überhört. Das hab ich überhört. Jeder Warte weiß, es gibt nichts Wichtigeres als Familie. Ich trete in die Fußstapfen meines Vaters und halte seinen Traum von einem starken und freien Jager am Leben. Und eines Tages, wenn ich nicht mehr bin, wird mein Sohn Diego in meine Fußstapfen treten. Obwohl er erst 13 ist, erkenne ich schon seine Stärke, sein Intellekt, seine Vision. Diego, mein Traum und das Paradies, das wir gemeinsam verleten. Become a Thamos, Mick. Diego Castillo, mein Sohn, Yara's Sohn, unsere Zukunft. Hm, okay, ich würde schon gerne noch die anderen mit drei umschießen, da sind wir uns einmal los. Außerdem möchte ich ja sowieso noch Zeug einsammeln. Der könnte kaputt sein, der da hinten auch. Oh! Oh! Oh Hier sind schon genug von euch Das sag ich mir auch, gell, da sind schon viel zu viele Da draußen liegt jemand, ich weiß es Gabriel Castillo tot Präsident Gabriel Castillo wurde heute Morgen für seine Verbrechen gegen das iranische Volk hingerichtet Santos Espinoza, unser tapferer Anführer, der diese Exekution anordnete, war dabei persönlich zugegen Das Schicksal von Castillos Frau und Sohn ist weiter ungeklärt Oh, haben die Witterung aufgenommen? Cool Oh, komm schnell, krieg die Scheiße da nicht aus Okay, ne, wir haben dann doch rausgekickt, okay, warte mal Danke für den Schlüssel Für die Munition Für gar nichts weiter Aber für ein Gefängnis sind ja ganz schön wenig Leute drin, ne? Muss man so sagen Tja, das kommt davon Okay, nein, das lösen wir nicht Ich sag ja, für manche ist das vielleicht interessant, so viel zu lesen oder so, ich mag das gar nicht, wenn du da wirklich hier tausende Blätter hast und Zettel hast und dann noch so viel zum lesen, ich mag das gar nicht Ich meine, ich will nicht alleine, keine Ahnung, von 10 Stunden, 7 Stunden mit Lesen verbringen Gut, dann scheint es gut zu gehen Okay, ich sag ja, Tag 200, Fragezeichen Carlos, ich hab Miguel gefunden Gute Arbeit, Turi Dann hol ihn jetzt da raus und wir treffen uns an der Tankstelle Okay Wie kommen wir denn jetzt hier aus? Einmal drüber springen So, ja Kriegst du das hin? Bin direkt hinter dir Ah, okay, man könnte ja auch so rausgehen, gellä Carlos sagt, er hätte dich aufgenommen Dir Boxen beigebracht und sowas Pff, einen Scheiß hat er Ich hab's ihm beigebracht Wie lange kennst du, Carlos? Ein paar Tage Carlos freundet sich nicht mit Außenseitern an Danni, das Militär lagert einen Teil des abgereicherten Urans bei diesen Flugabwehranlagen Besorg mir etwas davon, dann kann ich dir mehr Supremus bauen Und wenn du dabei die Flax ausschaltest, kannst du dich frei durch Jaras Luftraum bewegen Okay, das machen wir aber jetzt nicht Das machen wir irgendwann später Das machen wir, wenn wir mal Zeit haben Äh, wo ist er denn? Achso, der rennt schon vor uns rum Ich wollt grad sagen, hey, wo ist er denn? Der war ja auf einmal fort Ja, komm, was ist los mit dir? Nicht schlafen Oh nein Da ist er, Senior Yara Na los, komm rein Ja, Bruder, ich wusste, du kommst mich holen Hohoho, Nyo, Asere, du siehst fertig aus Ich dachte, eure Vorräte wären rationiert Du Drecksack Noch trocken? Das ist gut Ich trinke seins Miguel Es tut mir leid, dass ich dich nicht früher geholt hab Ich hab's versucht Ich hätte dich niemals vergessen Hör auf mit dem Scheiß Wir wollen alle nur überleben, Bruder Genug geredet Gib mir diese Scheiß-Gitarre Das war gut, Turi Am Anfang wollte ich dich einfach wie ein Krokodil häuten Aber jetzt bist du auch ein Montero, Dami Also sag ich jetzt auch Papa Und's Maul und trink Da war wohl jemand Und Blau. Einsatz abgeschlossen. Rangaufstieg, 4. Sehr schön. Und dann würde ich sagen, das wars für die Folge. Ich danke euch fürs Einschalten und fürs Zuschauen. Und dann bis zum nächsten Mal. Haut rein! Und dann bis zum nächsten Mal. Und dann bis zum nächsten Mal.